Moin ihr Lieben, Maud und ich sind heute wieder bei Möbel Weihrauch und wie ihr sehen könnt, ich stehe heute mitten im Lager und Maud ist schon mal vorgegangen und ich suche sie jetzt einfach mal und nehme euch mit. Hallo! 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 Hallo Corinna! Hallo Corinna! Wir haben hier schon fleißig die Ware ins Regal eingeräumt und Detlef ist hier auch zuständig im Lager. Vielleicht kannst du uns einfach direkt mal erklären, was du hier so machst. Ja, seit 15 Jahren bin ich hier schon im Unternehmen und bin hier für Lager und Logistik zuständig. Und wir haben jetzt auch gerade die Inventur, wie gesagt, hinter uns gebracht. Die wird digitalisiert, durch einen Scanner aufgenommen und ja, da sind wir jetzt gerade in der Auswertung. Also müsst ihr da auch gar nicht mal mit einem Klemmbrett hier durch die Gänge? Vielleicht zum Nachtrag, um da nochmal das ein oder andere zu kontrollieren oder in Ordnung zu bringen, aber ansonsten nein. Also auch hier sehen wir, dass Weihrauch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist in Sachen Digitalisierung. Und äh, stopp! Das wird hier heute gar nicht. Maud, was ist denn los? Also auch hier sehen wir, dass die Digitalisierung bei Weihrauch auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen wird und ihr da super dabei seid. Hallo, ich habe gehört, du bist der Hermann. Ja, genau. Ich bin Corinna, hi. Hi. Was machst du denn hier? Also ich mache die Warenannahme, die Warenausgabe und ich buche noch die Wareneingänge für die Neuware, die angeliefert wird, damit das im System erkannt wird, was für die Auslieferung bereitsteht und so weiter und ja. Wie sieht so dein üblicher Tagesablauf hier aus? Wenn du reinkommst, was machst du als erstes? Äh, Pause sagen kann ich ja nicht, aber äh, nein, also wir, äh, also sobald der Lieferant auf dem Hof ist, wird er sofort herangelassen, also kaum Wartezeiten. Ja. Das schätzen die Lieferanten auch bei uns sehr und ja, sonst, wie gesagt, Warenausgabe, wenn ein Kunde da ist, der Ware seine Ware abholen möchte und ja, das war eigentlich schon. Und was macht dir am meisten Spaß hier? Alles. Okay, das ist eine schöne Antwort. Ich bin seit 21 Jahren hier im Unternehmen, deswegen. Das ist schon auch eine Schlange. Man merkt immer, sehr viele Mitarbeiter sind hier schon sehr lange, spricht auch für Weihrauch, finde ich. Auf jeden Fall. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will. Aber wir haben ja einen langen Gang vor uns. Da kommt jemand. Was war das? Corinna und ich hatten jetzt heute einen ganz tollen Tag hier im Lager bei Weihrauch. Das hat uns auch ganz schön viel Spaß gemacht und wir düsen hier jetzt noch ein bisschen nach unserem Rollbrett rum und gucken mal, was wir beim nächsten Mal so machen. Ich bin jetzt noch ein bisschen Spaß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020